Mein Name ist Andreas Röder von KNF Veranstaltungstechnik. Wir sind hier auf dem Schlossplatz in Emmendingen. Ich betreue die Veranstaltung Camina Burana von Werner Englert hier als Monitortechniker. Musik Also die Schwierigkeit an diesem Job hier ist, in kürzester Zeit aus einem Gemisch an Musikern einen perfekten Monitorsound hinzubekommen. Musik Gestern Nachmittag haben wir hier angefangen, innerhalb von zwei Stunden die Bühne aufzubauen, inklusive Mikrofone. Wir haben hier ungefähr 60 Eingangskanäle. Wir haben am Ausspielwegen 14 Wege, 14 Monitormixe auf ungefähr 20 Lautsprecherboxen. Musik Wir verwenden hier ausschließlich CT 112 von HK Audio. Das mache ich aus dem Grund, weil sie eine sehr gute Sprachwiedergabe hat, sehr natürliche Klangqualität bietet und sehr wenig Rückkopplung bringt. Also sozusagen alles stressfrei. Musik Bei so vielen Eingangskanälen und so vielen Musikern bleibt auch für ein genaues EQing überhaupt keine Zeit. Das muss man während der Proben einfach machen und da kommt mir die Performance dieser Lautsprecherbox sehr entgegen. Wir hatten auch bei den Proben so gut wie keine Feedbacks und ich denke, dass die Musiker sehr, sehr zufrieden nach Hause gegangen sind. Musik So, wir sind 2008 zur Marke HK Audio gekommen, weil ich rein zufällig als freier Techniker auf dem Beschallungssystem, Kohetra, einen Job gemischt habe und das hat mir von der Soundwiedergabe gleich zugesagt. Anschließend sind wir dann über andere Lautsprechertypen oder auf andere Lautsprechertypen zum Beispiel die CT 112 gestoßen, haben mal vier Stück bestellt, haben die mal getestet. Mittlerweile haben wir annähernd 30 Stück in unserem Vermietbestand, die tägliche Einsätze verrichten. Aufmerksamkeit Untertitelung auf dasuage sealed